Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom April für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich weiß nicht, ob ihr das Video vom Donnerstag gesehen habt, falls nicht, ich höre mich immer noch, glaube ich, ein bisschen merkwürdig an, das liegt daran, dass ich immer noch etwas erkältet bin. Mich hat es am Sonntag komplett nochmal umgehauen und ich habe mir nochmal komplett einen weggeholt und habe nochmal komplett eine Erkältung abgekriegt und ja, wollte aber trotzdem natürlich für euch drehen, denn so eine Erkältung hält mich nicht ab. Und ja, nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich mich eventuell komisch anhöre und anders als sonst. Es liegt noch an meiner Erkältung und ich hoffe, dass meine Nase jetzt durchhält, ohne dass ich hundertmal schnaufen muss, dass ich hinterher aussehe wie Rudolf. Fangen wir aber jetzt erstmal mit den Büchern an und ich würde sagen, ich zeige euch wie immer die Bücher, die neu eingezogen sind, die ihr auch schon kennt und die ihr in irgendeinem Video schon gesehen habt und ja, ich würde sagen, mit denen starten wir, wie immer. Und das erste Buch, was ich hier auf meinem Stapel hatte, ist Du bist mein Feuer von Isabel Ronin. Und dieses Buch habe ich mir auf die Empfehlung von der lieben Seralina, hallo, habe ich mir das gekauft und ich muss sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Das war eine niedliche Geschichte, die aber schon ein paar Schwächen hatte. Wenn ihr mehr zu dem Buch wissen wollt, schaut ein Video dazu vorbei. Dann ist bei mir eingezogen dieses Schätzchen hier, Nimm mich von Cherry Adair. Das ist die Neuauflage dieses Romans. Das ist ein Rezensionsexemplar und auch dieses Buch habe ich schon gelesen. Ich fand dieses Buch auch richtig süß, richtig toll. Ich fand die ganze Story gut. Ich mochte die Protagonistin. Der Typ war so ein bisschen, der hat mich so ein bisschen an Christian Grey erinnert, aber halt ohne dieses Auspeitschen und boah, ich muss dich dominieren. Aber der Typ war schon auch sehr dominant. Aber ja, also er hat mich so ein bisschen von seinen Charakterzügen her an Christian Grey erinnert, aber ich mochte das Buch sehr. Ich fand es richtig süß und richtig toll. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, dann schaut ebenfalls in dem Video vorbei. Ist das gleiche wie Du bist mein Volk. Dann habe ich im April noch dieses Schätzchen hier bekommen. Der zweite Teil der Deathline-Diologie, Ewig wir von Janet Clark. Dieses Buch hat mir auch gut gefallen, obwohl ich den zweiten Teil nicht so gut fand wie den ersten. Der erste war einfach, der war einfach unschlagbar. Das war einfach vom Feeling her im ersten Teil komplett meins. Und den habe ich einfach geliebt, den ersten Teil. Und der zweite kam da einfach nicht ran. Ich muss auch sagen, dass für mich das trotz allem, dass am Ende viel aufgeklärt wurde, immer noch so ein paar Fragen offen sind, was jetzt nicht überdramatisch ist. Aber ich hätte mir halt schon da noch so zwei, drei Erklärungen mehr gewünscht, gerade was das Ende betrifft. Aber na gut, so ist das halt. Aber ansonsten kann ich auch nur sagen, dass mir Ewig wir im Großen und Ganzen auch gut gefallen hat. Hat mich aber wie gesagt nicht so begeistern können wie der erste Teil. Dann habe ich noch bekommen im April Jinx von Jennifer Estep. Das ist der dritte Teil der Big Time Reihe. Und auch hier muss ich sagen, dass ich das Buch gut fand. Es hatte auch einige Schwächen. Es war nicht komplett rund. Und mir ging die Liebesgeschichte auch zu schnell vonstatten. Und ich kam mit ihrer Superkraft am Ende nicht so ganz mehr hinterher. Und ja, es war nicht komplett rund. Ich muss aber sagen, dass es mir im Großen und Ganzen besser gefallen hat wie der zweite Teil. Aber es war nicht so gut wie der erste. Also es ist so ein gutes Mittelmaß, das Buch. Das Video zu dem Buch kam ja am Donnerstag. Und auch wenn ihr hier mehr wissen wollt, dann schaut in dem Video vorbei. Das waren die Bücher, die ich schon gelesen habe, wo die Videos auch schon online sind. Kommen wir jetzt noch zu den Büchern, die ich schon gelesen habe, wo die Videos noch nicht online sind. Und zwar habe ich jetzt noch bekommen und gelesen Game of Destiny von Geneva Lee. Das ist der dritte Teil der Love Vegas Reihe. Und ja, ich muss sagen, dass mir der dritte Teil, der hat mich jetzt nicht direkt enttäuscht. Aber er war ein bisschen schwach. Gerade nach dem krassen Ende vom zweiten Teil war dann hier im dritten irgendwie alles so offensichtlich. Es war richtig heftig, was am Ende hier rausgekommen ist, was passiert ist. Das war schon mega schottierend. Aber es war zum Ende so offensichtlich, dass das so gewesen sein muss. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das Buch oder der erste und der zweite haben so eine super Spannung erzeugt. Und haben sich so neugierig gemacht. Und dann wurde das im dritten Teil alles so salopp aufgeklärt. Auch diese Dealer-Sache, wer jetzt nun da dahinter steckt, das war für mich alles so ein bisschen... Das wurde dir so vor die Füße geklatscht. So bumm, da hast du es. Und du hast dir halt gedacht, so ja, das hätte man irgendwie noch ein bisschen schöner verpacken können einfach. Ansonsten mochte ich das Ende der Love Vegas Reihe auch. Und ja, Game of Destiny ist noch eingezogen und habe ich schon gelesen. Und dann ebenfalls diesen Monat eingezogen und bereits gelesen ist. Flammenliebe von Alexandra Ivey. Das ist der zweite Teil dieser Drachenreihe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Reihenbezeichnung ist. Ich muss sagen, dass mir das Buch ganz gut gefallen hat. Das war eine nette Geschichte. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich suche immer so Geschichten, so wie die Gestaltenwandlereihe von Aline Singh. Weil die liebe ich ja ohne Ende. Also ich liebe so Irben Fantasy für Erwachsene mit so ein bisschen Erotik und Liebesschmalz und Gedöns. Und ich muss aber ehrlich sagen, alles, was ich mal abgesehen von der Gestaltenwandlereihe lese, das ist mir, da ist mir der Erotikanteil immer zu dominant. Also in dem Buch war es jetzt nicht im Prinzip die erotischen Szenen, die mir zu vielen waren. Aber dieses ganze Animalische, so vom ersten Moment an, dieses Triebgesteuerte, was dann so rausgehangen wird, das ist mir immer so ein bisschen viel. Und das finde ich immer schade. Ansonsten hat mir das Buch gut gefallen. Ich mochte das sehr. Ich mochte die Charaktere. Aber wie gesagt, dieses, du bist mein und du gehörst jetzt mir und ich will dich. Und blööö. Das war mir ein bisschen viel in dem Buch. Schade. Das war schon, wie gesagt, bei anderen Büchern, die ich mal gelesen habe, war das auch der Fall. Was hatte ich denn noch? Ich hatte schon mal so eine Drachengeschichte gelesen. Und da war mir das dann aber auch alles zu viel gut bei der anderen Drachengeschichte. Da gab es ja noch so sexbesessene Elfen, wo ich mir gedacht habe, hier, ihr habt doch eine Macke. Den Scheiß lese ich nicht weiter. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was das war. Auch, wie gesagt, irgendwas mit Drachen. Da war das hier schon um einiges besser. Ich würde sagen, das Buch ist gutes Mittelmaß. Hat mir gut gefallen, hat mich gut unterhalten. Aber konnte mich leider nicht hundertprozentig überzeugen. Also, Flammenliebe ist eingezogen. Habe ich schon gelesen. Mehr dazu dann im Video und natürlich auch im Lesemonat. Und das letzte Buch, was ich bereits gelesen habe, was jetzt erst vor kurzem bei mir eingezogen ist, ist Vicious Love von L.J. Sheen. Dieses Buch ist vor vier Tagen, glaube ich, bei mir eingezogen. Und ich habe es dann gleich gelesen, nachdem ich mit Flammenliebe fertig war. Ich fand, das klang einfach so spannend. Und ich wollte wissen, worum es in Vicious Love geht. Und ich muss sagen, dieses Buch ist total überzogen und übertrieben und unrealistisch. Aber ich fand es mega. Ich fand es einfach mega gut. Dieses Buch hat mich mega unterhalten. Ich habe mich aufgeregt. Ich habe mitgefiebert. Ich habe mitgelitten. Ich habe mir an den Kopf geklatscht. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Also, ich bin voll mitgegangen in dem Buch. Und das ist ja für mich persönlich immer so das Wichtigste beim Lesen, dass ich bei den Geschichten dabei bin. Dass ich bei den Charakteren bin. Dass ich mitfühle. Und das hatte dieses Buch definitiv alles. Und mir hat Vicious Love super gefallen. Also, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, ihr dürft aber nicht auf realistische Geschichten stehen. Denn das ist so ein bisschen schon an den Haaren herbeigezogen, das Ganze. Und ja, aber ich mag es sehr. Und ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Den werde ich auch auf jeden Fall lesen. Und ja, soviel zu Vicious Love. Wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, wartet auf das Video und den Lesemonat. Weil wir wollen ja nicht hier wieder einen halben Lesemonat aus dem Neuzugänge-Video machen. Das waren die Bücher, die ich schon gelesen habe. Jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, die diesen Monat noch eingezogen sind. Das erste Buch ist mein aktuelles Currently Reading, nämlich Verliere mich nicht von Laura Kneidel. Da habe ich so die ersten 110 Seiten ungefähr gelesen. Und ich muss sagen, ich bin super wieder in die Geschichte reingekommen. Also hatte ich keinerlei Probleme mit. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hier ist schon so ein Ding passiert, wo ich mir gedacht hätte, niemals würde ich dir das verzeihen. Niemals im Leben. Bei mir wärst du raus. Naja, ich bin mal gespannt, wie die Protagonistin damit umgeht. Ich schätze mal, sie entscheidet sich da anders, wie ich mich entscheiden würde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Verliere mich nicht lese ich gerade. Ehrlicherweise sagen, dass mir bisher das Tempo bei Verliere mich nicht weitaus besser gefällt, wie bei Berühre mich nicht. Ich fand ja bei Berühre mich nicht der Anfang ziemlich lang gezogen. Das hätte man irgendwie kürzer halten können. Aber hier habe ich bis jetzt keine Probleme. Also hier bis jetzt läuft. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, kommen wir jetzt zu den Büchern, die noch eingezogen sind, die ich auch noch nicht gelesen habe oder angefangen habe zu lesen. Und das erste Buch ist dieses hier, Alles, was du suchst, von Mary Force. Das ist der erste Teil. Ich weiß gerade gar nicht, wie diese Reihenbezeichnung ist. Also auf jeden Fall eine Reihe. Annika sagt immer Vermont-Reihe. Aber für mich ist die Vermont-Reihe die True North-Reihe. Deswegen ist das etwas irritierend. Aber ja, auf jeden Fall spielt das Ganze auch in Vermont. Und Annika hat die als Hörbücher gehört und hat gesagt, das sind so süße Geschichten und die musst du lesen. Und dann bin ich durchs Hugen-Dubel. Und dann hatten die das Buch als Mängel-Exemplar für 3,99 Euro. Und da habe ich mir gedacht, okay, Annika sagt es super. Ihr liegt jetzt im Mängel-Exemplar. Aber Schicksal! Ihr wisst, wie das ist mit den Buchkaufgründen. Also habe ich es mitgenommen. Und es ist auch noch der erste Teil der Reihe. Deswegen konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich bin gespannt auf... Ah, die Green Mountain-Serie. Guckt mir, steht es doch drauf. Green Mountain-Serie ist das, ja. Ich bin auf jeden Fall auf den ersten Teil gespannt. Und werde euch dann natürlich berichten, wie mir das Ganze gefallen hat. Die nächsten drei Bücher sind auch alles Mängel-Exemplare, die ich jetzt noch vor kurzem erstanden habe. Und zwar habe ich noch von Sarah Morgan, Sommerzauber, Wieder Willen mitgenommen. Das ist ja auch eine Reihe. Ich glaube, das ist die Briar Creek-Reihe oder so heißt die. Und ich wollte schon immer mal ein Buch aus dieser Reihe lesen. Und jetzt hatten sie das für 3,99 Euro. Und da habe ich mir gedacht, komm, nimm mit. Und ja, es glitzert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber hier oben dieser Mond, der glitzert. Und ich fand es cool. Und wie gesagt, ich wollte schon immer einen Teil aus dieser Reihe lesen. Deswegen bin ich gespannt auf Sommerzauber, Wieder Willen. Dann ist bei mir noch eingezogen Wild, Atemlos vor Glück von Sophie Jordan. Ich habe ja im Finale von Sophie Jordan gelesen und fand den Schreibstil ja eigentlich ganz cool von ihr. Und das ist jetzt hier so eine niedliche, eine adult-Geschichte. Und ich fand auch das klang irgendwie richtig süß, so typisch College-mäßig. Und ja, ich bin gespannt auf dieses Buch und werde euch natürlich auch hier berichten, wie mir das Ganze gefallen hat. Und ich muss sagen, das Cover finde ich jetzt nicht so prall. Ich finde diese zwei Personen davon drauf jetzt auch nicht schön in Szene gesetzt. Aber es kommt ja auf den Inhalt an und für 3,99 Euro shit happens. Das nächste Buch, was noch bei mir eingezogen ist, ist Showdown und Zombieland. Das ist der dritte Teil dieser, ich weiß gar nicht, Alice im Zombieland-Reihe. Ich habe letztens noch mit der Nini drüber gesprochen oder Janine. Ich sage immer noch Nini, aber eigentlich heißt sie ja Janine. Und wir haben noch über die Cover gesprochen. Und das sind ja diese regulären Hardcover-Cover, die alten Cover. Und ich habe ja den ersten und den zweiten Teil in dieser Taschenbuch-Ausgabe mit den neuen Covern. Aber der dritte und vierte Teil wird nicht nochmal mit den neuen Covern released. Deswegen musste ich mir die jetzt eh mit dem alten Cover kaufen. Und dann stand dieses Buch im Hohendubel doch tatsächlich mit auf dem Mängel-Exemplar-Haufen für 3,99 Euro. Und ich dachte mir, Schicksal, musst du mitnehmen. Und ja, habe ich jetzt den dritten Teil schon mal von Alice im Zombieland hier. Und werde den auch mal irgendwie mitlesen. Ich freue mich. Ich habe jetzt zwar die Reihe dann nicht komplett passend, aber ich kaufe mir jetzt den ersten und zweiten auch nicht nochmal in der alten Auflage. Nur damit die zusammenpassen. Nein. Ich finde außerdem die neue Auflage viel, viel schöner. Mal abgesehen davon. Ja. Dann habe ich noch gekauft Camp 21 von Rainer Wegwerth. Wegwerth. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und ja, das war auch reduziertes Buch für 8 Euro. Und das habe ich mir gekauft, wo ich mit der Steffi shoppen war. Da habe ich auch Verliere mich nicht. Und du bist mein Volumen mitgekauft gehabt an dem Tag. Und ja, Camp 21 klang halt einfach mega cool. Und ich denke mal, ich werde es mit der Steffi auch zusammenlesen, wenn sie da Bock drauf hat. Müssen wir mal gucken, falls sie Bock hat, wann das passt. Und ja, ich finde, es klingt einfach cool. Und ich kann nicht einfach vorlesen, worum es geht. Mike und Kayla sind in Camp 21 gelandet. Sie kennen sich kaum und mögen sich noch weniger. Durch elektronische Armbänder einander gefesselt, ist es ihnen jedoch unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Entfernen sie sich zu weit voneinander, empfangen sie über die Fesseln quälende Schmerzimpulse. Während Kayla noch versucht, mit der Situation zurechtzukommen, ahnt Mike bereits, dass im Camp etwas nicht stimmt. Nach einem tödlichen Vorfall im Lager gelingt den beiden die Flucht. Doch dies ist erst der Anfang einer atemberaubenden Jagd. Denn die Fesseln, die Geheimexperimente und die starken Gefühle zwischen ihnen bilden für Mike und Kayla ein gefährliches Netz, aus dem es keinen Kommen zu geben scheint. Und ich finde, das klingt einfach mal richtig gut. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Einzelband ist. Ich befürchte nicht. Ich glaube, da gibt es noch eine Fortsetzung. Ich weiß aber gar nicht, wenn. Ich weiß es nicht. Falls ihr es wisst, ist das ein Einzelband oder ist das eine Reihe? Ich habe keine Ahnung. Und das letzte Buch, was ich mir selber gekauft habe, ist Size 2. Der Zorn der Gerechten von Neil Schusterman. Und ich habe den ersten Teil hier und noch nicht gelesen. Aber ich dachte mir, ach komm, kaufst du dir den zweiten Teil schon mal. Was du da hast, hast du da, kannst du gleich weglesen. Und ja, ich weiß ja, durch das Video von, ähm, bin ich jetzt blöd? Glacey Naylor, also von Isabella, weiß ich ja, dass der dritte Teil aus 2020, glaube ich, rauskommen soll. Also es dauert noch eine ganze Weile. Aber ich dachte mir, haben ist besser als hätten. Und deswegen habe ich den zweiten jetzt gekauft. Und ja, ich denke einfach, dass mir die Bücher gefallen werden. Ich mochte ja auch Vollendet von Neil Schusterman sehr. Und deswegen gehe ich mal von aus, dass mir das jetzt auch gefällt. Und ja, deswegen Size 2 ist jetzt auch eingezogen. So, zwei Bücher haben wir noch. Dann sind wir am Ende von den Neuzugängen. Da sind wieder einige Bücher bei mir eingezogen. Ach nee, mir fällt gerade an, wir haben noch ein drittes Buch. Und zwar ist noch bei mir eingezogen im April Verliebt in Miami von Jacqueline Felgo. Ich blende es euch hier mal ein. Das ist der E-Books. E-Books sind meine Stiefkinder, die vergesse ich immer. Und ja, das Buch habe ich ja auch schon gelesen. Und das Video ist auch schon online. Und ich habe mir sehr über das neue Buch von Jackie gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, dass sie gefragt hat, ob ich es wieder mitlesen möchte. Und ja, ich finde, Jackie schreibt einfach so tolle, süße, niedrige Liebesgeschichten. Und wenn ihr mehr zu Jackie ihrem Buch wissen wollt, zu Verliebt in Miami, dann schaut in meinem Video auf jeden Fall vorbei. Ich fand die Geschichte zuckersüß. Die hat mir mega gut gefallen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. So, jetzt kommen wir aber zu den letzten zwei Büchern. Und zwar ist das einmal noch Du bist mein Verlangen von Alexa Riley. Auch dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Habe ich mich mega drüber gefreut. Und ich fand auch hier, dass sich das Buch richtig gut anhört. Also für mich hatte das Buch ja schon so ein bisschen was von Stalking, was den Typen betrifft, um den es in diesem Buch geht. Und ja, hier oben steht auch ein Mann, obsessiv und leidenschaftlich wie Christian Grey. Ich bin gespannt und ja, werde euch natürlich auch berichten, wie Du bist mein Verlangen gewesen ist. Falls ihr mehr zu dem Buch wissen wollt, ich habe den Inhalt in meinem Neuerscheinungsvideo auch nochmal genau mit vorgelesen, falls ihr da nochmal reingucken wollt. Und ja, das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, auch das habe ich mich schon so mega gefreut. Und zwar ist das Immerwelt von Gina Showwater. Das ist der erste Teil. Ich weiß gar nicht, ob es eine Dilogie ist oder eine Trilogie. Der zweite Teil kommt auf jeden Fall nächstes Jahr im Februar raus. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich finde, das klang auch richtig gut. Und ich finde dieses Cover einfach so wunderschön. Ich finde es einfach mit dieser Sanduhr, ne? Das ist einfach so mega gut. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Wenn ihr auch hier mehr zum Inhalt wissen wollt, schaut auch nochmal im Neuerscheinungsvideo rein. Da erzähle ich euch auch nochmal was zum Inhalt. Und ja, ich freue mich aber auch schon sehr auf dieses Buch. Ja, und das waren meine Neuzugänge vom April. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bücher bei mir eingezogen. Bisschen viel wieder mal, aber naja, ihr wisst ja immer, wie das ist. Aber ich habe ja auch schon vieles davon wieder weggelesen. Also von daher, shit happens. Und ja, das waren meine Neuzugänge. Was ist denn bei euch so eingezogen? Im April schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und hoffentlich dann ohne Schnupfen und so. Bis dann.